Musik Das hält ja eh nicht, selbst wenn du es ganz aufziehst. Ja, ich mach einfach schon aus. Musik Das heißt, es gibt schon eine Verbotenheit auch in der Stadt, oder? Ja, ich hab meinen Onkel ja auch immer wieder mal besucht. Also ich bin ja auch schon so fucsig. Ich würde das so gerne behalten, solche Locken, locken die Locken. Nach Fahrradfahren wählen sich die Haare auch, aber nicht so schön. Sie hat gesagt, nach Riding der Bicycle, du kriegst auch neue Haare, aber nicht so schön. Nach Fahrradfahren kommst du immer ganz hoch, du bist auf dem Montage. Und dann rufst du dich an, das ist für jeden Fall. Und dann machst du Klach, Klach und dann... Beide! Beide! Und dann hat man gleich eine Traur und sicherung. Das ist, wir dann natürlich auch auf... Regisseur und... Regisseur und... Eigentlich alles. Und suchte eine ausländische Schauspielerin. Und wir waren beide beim selben Casting. Aber nicht zur gleichen Zeit. Und der Kameramann, der sein Casting aufgenommen hat, mein Casting aufgenommen hat für verschiedene Sachen, hat von ihm gehört, dass er nach einer ausländischen Schauspielerin sucht. Ah, okay. Und dann hat das der Produktionsleitung gesagt, die es dann weitergeleiten hat. Und dann habe ich einen Anruf gekriegt, ob er meine Nummer rauskriege darf. Okay. Und dann haben wir uns getroffen. Und dann waren wir uns getroffen. Und dann war es Arbeit. Also die Adelstück zusammen machen. Ja. Und dann war er und dann war er. Und dann war er. Das war ich dann richtig... Romantisch. Dann könnte man doch auch einen schönen Bollywood-Film voll machen. Ja. 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 Hi guys. Today I had a very nice collaboration with the Haar Studio Sabine Schwarz. And the result you have seen with my curls. And I hope you liked the video and see you soon. Bye. 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 Bye.